Aktuelle Ausstellungstipps aus der städtischen Galerie Wollhalle in Güstrow Spielräume. Britta Mattis und Horst Mattis. Bilder, Bücher und Objekte. So heißt die neue Ausstellung in der städtischen Galerie Wollhalle Güstrow. Die Malerin und Grafikerin Britta Mattis und ihr Mann, Autor und Verleger Horst Mattis, gewähren einen umfassenden Einblick in ihr jeweiliges Schaffen. Ausgestellt werden unter anderem Zeichnungen, Ölbilder sowie Holzschnitte der Malerin. Von ihrem Mann werden Kinder- und Faltbücher sowie das Buch Abenteuer Trasse präsentiert, an dem er als Mitautor beteiligt war. Im Rahmen von Kunst offen findet zudem am 6. Juni um 14.30 Uhr eine Künstlerführung statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017